Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier und ja, schon das zweite Video in dieser Woche, Hans Showdown, gemeinsam mit dem lieben Dopa aka Pascal, geht's heute wieder auf die Jagd und haben auch einige liebe gegnerische Mitspieler erschossen, dann hat der liebe Matthias leider nicht auf den lieben Dopa gehört und ein lieber Gegner hat den lieben Matze erschossen. Viel Spaß dabei. Lasst gerne ein Abo oder Like da. Bis dahin, würde mich freuen. Wie immer, euer Senseless. Tschüssi. Ich hoffe, ich kann mit der Kim und Korn hier spielen. Das ist immer so eine Sache mit der Waffe. Schon wieder Armbrust? Ja, war im Angebot. Ach, war im Angebot, dieses Drecks. Schön. Hat mir einen schönen Kill beschert. Du hast ja zwei Kill's gemacht. Ne, einen habe ich mit einer Pistolen erschossen. Weil der Pfeil aus der Armbrust schon weg war. Okay. Also an ihm vorbei. Naja, dann hier hoch. Richtung, wie heißt das Ding? Schlachthaus. Achso, ja. Man kann sich mal impfen. Genau. Also auf jeden Fall haben sie mehr Zombies reingemacht insgesamt. Ja. Merkt man auch deutlich. Ich ziehe durch. Da saß er da vorne. Da schreist er. Da kriegst er. Rufst er nach Mama, du Hund. Hier ist eine Box. Was für eine Box? Consumable? Ja. Consumable. Ah, ja stimmt. Ich habe eine Spritze gebraucht. Giftspritze ist zwar nicht mehr so angenehm wie damals, dass man kaum so gut wie kann... Wo ist die jetzt, die Box? Vorm Zaun. Ah, da. Hier ist aber auch noch eine. Hier ist aber auch noch eine. Hier ist noch mal eine. Kasse oben. Na, nein. Und mal Geld. 13 Dollar. Hier oben ist nichts. So, dann Richtung Kirche. Boah, Alter, einfach wieder da zu langsam. Er macht erstmal wieder Rambazamba, Junge. Sollte ich das Spiel vielleicht mal ein bisschen leiser stellen? 40. Nein. So. 40. Okay. Aber wenn du das Spiel leiser stellst, dann hörst du doch viel weniger. Ja, aber ich habe dich gerade so schlecht gehört. Dann träge ich hier lieber mal so wieder ein bisschen lauter. Sonst bist du dann im Spiel vielleicht... Und ich würde mich nicht wundern, dass du nie Leute hörst. Naja, aber wenn du im Video nicht zu hören bist, hat ja auch keiner was davon. Alles ausreden. Doch, ein bisschen Spieler. Na, guck's jetzt los, ne? Ich verstehe gerade nicht, was du meinst. Ach doch, mich als besseren Spieler. In der Tat. Ein gutes Argument. Oh, Cola. Ein Sack Gold. Habe ich Raben gehört? Nein. Nee. Jetzt hier ist aber, habe ich schon Raben gehört haben. Alles vorn. Hat er einen Perk fallen lassen? Vielleicht sitzt der Fett da drauf. Man nannte ihn auch fetter Perk. Was ist jetzt eigentlich mit Beutelchen? Was soll mit Beutel sein? Also, ich habe ja seinen Team geguckt. Ja. Ich habe zwar dich auch immer laufen, aber ich gucke dann halt ihm zu, weil... Also, nebenbei, nebenbei beim Zocken. Weil, bei Twitch ist das halt... Eine Verzögerung von vielleicht drei Sekunden oder sowas. Ja, ja. Aber dir ist das teilweise eine halbe Minute oder sowas. Oder eine Minute. Ja, ich sage mal, wenn das Laufen ist, bin ich ja schon zufrieden. Ja, genau. Ich lasse ihn mal halt laufen und gucke halt bei ihr zu. Aber halt nebenbei. Und auf jeden Fall hat er erzählt, auf jeden Fall zum Schluss... Mal wieder... Oh, hier sind welche Argo. Dass er halt wohl doch nix für den nächsten Tag kommt. Musst du einfach einen sehen. Und... Oh. Oh, hinter uns? Ja, ja, ja. Solche Anfäller, aber manchmal. Dass er halt sagt, äh, den installiert das Spiel jetzt. Sag mal, hier hinter uns oder wo hinter uns? Irgendwie war gerade hinter uns geschossen auf mich, ja? Äh, da? Da ist einer verreckt. Ich habe doch einen Zombie gekillt. Oh, da, von da, von wo wir gekommen sind. Ich sehe auch nicht. Da, da ist er. Siehst du? Links neben dem Baum ganz klein. Jetzt hört man nicht. Sag mal, hier ist doch einer gestorben gerade eben. Warte, ich renne mal rüber. Lass uns den pushen. Ja, weil... Ach, hier ist einer tot. Das kann mir das gerade nicht geheuer zumute. Ja, aber von wem wurde er erschossen? Von dem? Er hat mich erschossen, angeschossen. Oh, ich sehe ihn. Ja, dann gib mal Deckung. Was ist der denn? Schön. Oh, Alter, war das knapp. Halt dich mal. Weil hier ist noch einer. Ja. Der wurde ja hier von irgendeinem erschossen. Von dem da drüben, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung. Der hat schon den Skin hier. Indiana Jones hier. Das war knapp jetzt. Nur gut, dass ich hier den gleichen Schädel rauskomme. Man kann gar nicht mehr so viel drehen, ne? Da wird mal gestoppt. Ja, 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 ja. Ja, gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Ja, aber von wem wurde er erschossen? Hm. Tragt er sich? Keine Ahnung. Und die andere? Ist das ein Abercut? Ja, der neue Skin für die Conversion. Alter, Falter. Wollen wir näher dran oder wollen wir weiter weg? Naja, hier direkt drüber ist aber Selbstmord, oder? Ich weiß es nicht. Ich stehe da drauf. Naja, gut, komme ich mit. Oh, beide nebeneinander. Hier ist Heilung für den, falls du was im Kampf brauchst. Und hier nochmal. Ja. Okay, sehr gut. Hinter uns schlägt was? Da kommt. Oh, siehst du was rum? Ich komme. Hier kommen die Neuen. Ah! Schön. Der ist tot. Das Bounty Team ist das. Ist das sein? Da müsste auch eine Frau sein hier. Boah, ich sehe keinen. Ich sehe sie nicht. Ich auch nicht. Ich sehe irgendwo im Gebüsch. Ich werf mal was hin. Oh, bei mir. Ich bin zurückgegangen. Alter. Die Entdeckung. Guter Schütze ist das nicht. Ein Glück. Was ist die Pitch denn? Hinterm Baum. Hier vorne. Boah, der einen Recall gekriegt, die Waffe. Oh, hier ist was gestorben, recht? Da kommt ein anderes Team. Scheiße, ich bin schon wieder verletzt. Halte ich schnell. Ey, die Waffe hat einen richtigen Recall gekriegt. Also, richtig scheiße. Okay. Da kannst du nicht mehr so schön Peng-Peng machen. Geht nicht mehr. Okay. Oh, jetzt habe ich die falsche Waffe getauscht. Da vielleicht eine bessere Pistole für mich. Oh, da wurde einer eingestoffen. Ja, ich habe ja den einen noch. Der hat aber Bogen gehabt, auf jeden Fall. Doppel-Conversion. So, wo sind die anderen? Keine Ahnung. Hier ist irgendein Mob umgefallen. Ich habe den so umklatschen hören. Da hat das einen Recall gekriegt. Hast du was? Ich meine, hast du ihn gar nicht gesehen? Ich habe nur die Halt gekillt. Vielleicht ist er auch wieder zurückgegangen zum Bounty. Oh, guck mal. Drei leben. Da, da und da. Wow. Cool. Ja, wollen wir jetzt die mal da drin töten? Ja, die haben Strohpilte, ne? Ach so. Ach, Mann. Wieder vor das Gitter geschossen. Sollte er nicht zu nahe gehen. Hat einen Hit. Wo war er denn? Da drinnen am Fenster, habe ich ihn gesehen. Das zeigte seine Fresse nicht mehr. Toll. Das zeigte ich noch weniger. Ich auch. Ich wollte es gerade sagen. Da war wieder ein Geniestreich. Ja. Du brillierst heute mit Fachmannsarbeit. Soll ich mal zum Tor? Soll ich mal aufmachen? Ne, lass mal lieber. Die haben Schrotpilte, wie gesagt. Seid nicht so. Mach jetzt keine Carsten-Taktik. Ich spiele Opfer. Ich möchte Action. Das ist Carstens Logik immer. Ich gehe hin und lass mich erschießen und damit du weißt, wo der ist. Das ist super. Wirkt. Es wirkt. Von unten kann man sich ja nicht ranschleichen. Ne. Aber die können es. Tja, wir müssen aufpassen, dass keiner mehr von hinten kommt. So, wir haben jetzt zwei Teams plattgemacht wieder, ne? Ja. Mhm. Da ist, da, da guckt auch einer durchs Fenster. Oh, warte, ich kann mich ja von hinten anschleichen. Ach, nee. Pass auf, der ist direkt da. Ich glaube, der runterspringt, dich tötet. Boah, ich dachte, hier läuft das, aber das bist ja du unten. Hab ich mich in Stock. Oh, wie? Wie, die Treppen hochzittert, Alter. Kannst du mir ja mal Deckung geben. Nicht reinlaufen, weil die haben schon... Der strebt direkt am Tor. Genau da. Den hab ich auch noch, oder? Ich glaube nicht, sah nicht genau aus. Du bist ja halt gerannt, wie schnell... Er hat doch geschrien, oder? Du bist ja gerannt, wie schnell wir da wegkamen zum Schiffen. Erlebt noch Mist. Da muss gleich die Information... Achtung, selbstlos. Matze. Spector am Start. Da weiß ich. Ah, okay. Spector am Start. Ich geh erstmal wieder eine thumpen. Was ist der eine denn gestorben, ey? Wir haben bloß drei erschossen. Ja, weil der eine ja einfach random gestorben ist. Ich hab... Ich hab... Ich hab einen gekillt. Als Zombie. Und dann ist er einfach umgefallen. Ey, guck mal, wie viele hier einfach... ... alleine drin waren. Eins, zwei, drei... Eher... Ich niemanden.